Ah, ein Flugzeugabstoß! Diese Rückblende hat mehr Fragen aufgeworfen als beantwortet. Oh mein Gott, in der Kokosnuss ist meine kleine Katze, die ich als Kind hatte. Und auf ihrem Namensschild steht unsere Flugnummer. Alles für die Katze. Oh, jetzt wir! Das ist ja die großartige Pilotfolge und ich bin sicher, dass alles, was du gesagt hast, aufgelöst wird. Gehen wir, ich will nichts anwerken. Kommandana, ich muss deine Tasche überpüßen. Ich habe nichts gestohlt. Wenn hier irgendetwas passiert, dann werde ich mich auf eine Löhre daraus bekommen. Ich... Ich...